Ja, liebe Wacke-Fans, Wacke-Stube, 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 Wacke-Stube. Liebe Wacke-Fans, herzlich willkommen zur 99 plus 6. Ausgabe der Wacke-Stube und mittlerweile zu gefühlt 37. aus der Quarantäne. In gewohnter Manier begrüßen euch. Der Martin, grüß euch. Und der Felix. Wir haben lange überlegt, ob wir diese Woche eine Stube machen sollen, weil natürlich momentan die Verkündungsthemen etwas rar sind. Es tut sich zwar sehr viel im Hintergrund an Basisarbeit, aber halt nichts, was irgendwie extrem spannend wäre. Trotzdem, Martin, sind wir bei ein paar Themen gekommen, über die es sich auf jeden Fall lohnt zu sprechen, oder? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was gefunden, dass wir mitteilen können und dürfen. Wir haben tiefgekramt im Fundus. Wir haben zwei Fragen mit dabei, die sind uns tatsächlich gestellt worden, nach der letzten Wacke-Stube, direkt in den Kommentaren auf YouTube. Also eine wunderbare Möglichkeit, uns Fragen zu stellen oder Themen vorzugeben. Da ging es eben auch mal um die Akademie Tirol, wie wir da zusammenhängen mit der, wie das funktioniert. Einmal war die Frage, ob unser Förderer und Partner nicht das Stadion kaufen könnte. Also es ist Tivoli-Stadion. Und dann haben wir noch zwei, drei andere Themen mit dabei, die in der letzten Woche so rund um unseren Verein geschehen sind. Ja, wie gesagt, schaut mal mit dem Sportler von Martin, oder? Mit der AK Tirol. Ja, gerne. Also die Frage war, wie wir da zusammenhängen mit der Akademie. Die Frage kann ich da sogar vorlesen, wenn du es haben willst, im Wort laut, wenn dir das weiterhilft. Aber grundlegend war die Frage eben, es gibt ja die Akademie Tirol. Das ist ja in Tirol wirklich die Top-Ausbildungsstätte für junge Fußballer, die irgendwo zwischen U15 und U18 im Alter her sind. Und wie wir da zusammenhängen. Letzter Zeit hat nämlich gerade die WSG immer wieder Spieler abgewogen von dort und wie das funktioniert. Ich lese sie jetzt vor. Jetzt habe ich es da. Könnt ihr in der nächsten Folge mal auf die AK Tirol eingehen? In welchem Zusammenhang steht die AK Tirol mit dem FC Wacken Innsbruck? In letzter Zeit hat sich ja die WSG einige junge Talente unter den Nagel gerissen. Jetzt in der Zwangspause hat man ja auch Zeit für solche Thematiken. Das stimmt. Ja, generell ist es so, dass viele, wir haben einen sehr jungen Kader und auch in der Vergangenheit schon, egal. Also immer relativ, es ist relativ sicher, wenn ein junges Talent bei uns spielt, dass er auch mal davor in der Akademie Teil war. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder? Einmal prinzipiell. Ja, definitiv. Vielleicht müssen wir noch einen Schritt weiter vorgehen. Also Akademie Tirol ist ja normalerweise die Akademie ja beim Fußballverein direkt angesiedelt. So kennt man es ja, oder? Barcelona mit seiner eigenen Fußballschule, Real Madrid mit der eigenen Schule, der Nachwuchs von Manchester United, die gehört zu Manchester United und so weiter und so fort. In Tirol ist es ein bisschen eine Sonderstellung. Seit dem Konkurs vom FC Tirol Anfang des Jahrtausends ist es einfach so gewesen, dass der ist pleite gegangen, war im Konkurs und dann hat man nicht genau gewusst, was tut man mit der Akademie. Weil ja schade, wenn jetzt dieser Akademie-Status verloren ginge und dann hat man eben auch Sicherheitsgründen. Damals wollte man das kurzfristig machen, mittlerweile ist es länger draus geworden, hat man die Akademie zum Fußballverband getan, dass der geführt. Ganz genau. Ja, der liegt jetzt diesmal beim, also seit damals beim Fußballverband und eben nicht mehr bei den Vereinen. Das bedeutet eben auch, dass die gewissen Spieler ja eben schon im Nachwuchs und so weiter bei den einzelnen Vereinen ausgebildet werden und dann aber den Sprung an die Akademie wagen beziehungsweise gehen können, wenn sie dementsprechend gut sein. Und dass dann aber auch wieder quasi das, das geht dann eigentlich auch wieder los, wo sie dann hinkommen im Erwachsenenfußball. Ja genau, also nur weil einer Wackerspieler war, heißt das nicht, dass er nach der Akademie noch Wackerspieler ist. Die Chance ist natürlich noch sehr, sehr hoch, dass das so ist. Wenn er woanders hingeht, dann ist eine Ausbildungsentschädigung fertig für die Jahre zuvor. Ja, aber prinzipiell kann man sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem FCA Kenchburg und der Akademie Tirol eine sehr enge ist. Da gibt es ja, ich meine Tirol ist jetzt kein riesengroßes Land, da gibt es persönliche Verbindungen. Einmal muss man wissen, dass der Chef, der Akademieleiter, der Roli Kirchler ist, also ehemalige, oder eigentlich immer noch bis dato eine Wackerlegende und ehemaliger Wackertrainer, der FCA Akademieleiter. Der Talentecoach dort vor Ort ist der Florian Schwarz, der war ein bisschen für Coats und Bones, Co-Trainer bei den Profis und bei der zweiten Mannschaft dann Cheftrainer. Das heißt, da gibt es sehr viele enge Verbindungen. Also man ist ständig im Austausch. Es ist nicht auch jeder bemüht, die besten Spieler irgendwo von seinem eigenen Konzept zu überzeugen. Aber ob das gelingt oder nicht, ist natürlich auch eine andere Frage. Es gibt Spieler wie René Hellermann, der ist von der Akademie direkt nach Salzburg gewechselt, in der Tiroler. Es gibt andere Spieler, die sind überhaupt schon ganz früh in das Ausland gewechselt. Im Leitsche-Bund-Serie zum Beispiel kann auch passieren. Genau, die sind gar nicht bei der Akademie. Man rittet da natürlich, man konkurriert in anderen Vereinen. Und das macht es ja ein bisschen schwierig, dass man jetzt wirklich alle zur Sicherheit bringt, in den Vereinen, was nicht auch unser Grundinteresse ist, die Besten da zu haben. Aber die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Es ist ein enger Austausch da und das ist, glaube ich, wieder die Hauptsache. Richtig. Ja, na eben, wir haben ja die Insel, von der wir kommen, also Osttirol, da ist es äußerst selten, dass Spieler aus Osttirol in der Akademie in Nordtirol spielen, sondern die sind dann, die fallen eigentlich auch komplett durch den Roster und gehen meistens dann Richtung Kärnten, sagen wir mal so, bei anderen Bundesligisten sind die dann und die fallen da so quasi durch den Roster. Ja, Osttirol ist natürlich dem Kärntner Fußballverband zugeordnet. Dementsprechend ist das Scouting leichter, weil die halt dann Kärnten weit spielen und da ist dann der WAC, die haben eine eigene Akademie, die haben den Status der Akademie, dass dann Osttiroler Spieler halt zum WAC gehen und dort ausgebildet werden. Gibt es ja einige, der Herr Ranacher, der hat sich aus dem Cup geschossen hat durch seinen Foul-Elfmeter, den er ausgeholt hat. Das ist ja genauso einer Osttiroler, der dann beim WAC ausgebildet wurde, mittlerweile in Vorarlberg spielt. Das ist ein anderer Spieler, den wir gerne bei uns sehen würden. Aber es ist einfach eine gewisse ein gewisser Kampf im positivsten Sinne, man muss die Spieler von sich überzeugen. Und ja, das hat alles ein Führ und Wider. Prinzipiell ist es schon so als Wünschenswert das, wenn man hat eine eigene Ausbildungsidee, was soll jetzt zum Beispiel die Team aussehen, was soll der Sturm erkennen, was soll der WAC der Sturm erkennen. Im Idealfall macht man das so wie früher bei Amsterdam. Von Siebenjährigen bis zum Profi in jeder Altersstufe hat man einen Plan, wie muss sich so ein Sturm verhalten, weil dann habe ich natürlich die höchstmögliche Chance, dass der dann auch bestmögliche in mein Team reinpasst. Und wenn jetzt genau die 15- bis 18-Jährigen von woanders ausgebildet werden nach einer anderen Philosophie, dann hat das seine Tücken. Das wäre wie wenn in Bayern der Bayerische Verband für alle bayerischen Vereine, sprich für den FC Bayern, genauso wie für Augsburg, für Kreuter, für den Ingolsch ausbilden würde. Aber in Tirol ist es so und da haben wir uns gut arrangiert alle zusammen und es funktioniert ganz gut. Da kommen immer wieder tolle Spieler der Bayerse. Genau, und das ist ja, wie du sagst, eine systemische Sache. Je durchgängiger das ganze Ausbildungskonzept ist, desto besser ist es natürlich für alle. Und da kann es natürlich schon sein, dass einfach irgendwo anders Schwerpunkte liegen dazwischen, aber eben wie du sagst, ich glaube, da ist so ein enger Austausch, dass es dann natürlich schon auch zumindest einbezogen wird oder halt ergänzt wird, sagen wir mal so, dass man sich da nicht in die Quere nimmt, so richtig. Ganz im Gegenteil, da geht es immer am Ende der Starbys geht es immer um jeden einzelnen Fußballer, dass der sich bestmöglich weiterbilden kann und entwickeln kann, das ist immer im Fokus. Und ich glaube, wenn sich alle beteiligten immer wieder auf das fokussieren und auf das hindenken, dann geht das sicher nicht schief. Im Prinzip kann man ganz kurz schauen, wo die Mannschaften von der Akademie Tirol, also die besten jungen Tiroler Spieler soll stehen, im U15-Bereich für zum Beispiel Rapid vor der Admirer vor der Red Bull Akademie. Genau, weil die spielen ja da alle österreichweit gegeneinander, gell? Genau, richtig. Das ist eben das. Man sollte vielleicht auch noch wissen, dass der Akademie-Status vergibt der ÖFB. Deswegen spielen die in der ÖFB Jugendliga. Es gibt zwölf Vereine in der Bundesliga, demnach gibt es auch zwölf Akademien, da gibt es keine mehr. Es ist in ein paar Bundesländern so, dass die Akademie direkt beim Verein angesiedelt ist, zum Beispiel beim WRC, zum Beispiel in Ried, zum Beispiel bei Austria, Red Bull und so weiter. Und dann gibt es so ein paar, da ist es rein beim Verband, zum Beispiel in Varlberg, zum Beispiel in Tirol. Bei Steiermark oder so, oder? Wie ist es mit Sturm? Da gibt es so in Frieden, wie eben zum Beispiel bei Sturm. Da hat der Verein ganz große Rechte, aber man macht es gemeinsam mit der Akademie. In Varlberg ist eine Rase ähnlich, aber noch nicht ganz so weit wie in der Steiermark. In Varlberg hat Altdach großes Mitspracherecht, aber eben nicht das Durchkehrsrecht wie Sturm Graz in der Steiermark. In Bugenland ist es auch so, dass quasi Mattersburg die Akademie Bugenland ist, aber es steht Bugenland drauf. Es gibt ein paar Mischformen. Und was witzig ist, oder was spannend ist, live, weil man eine Akademie hat, heißt das nicht, dass man einen super Nachwuchs hat. Weil wenn man jetzt Karpfenzeug hernimmt, wo ja ganz, ganz viele junge, tolle Spieler rauskommen, die haben zum Beispiel keine Akademie-Status. Also man sieht da schon, dass jetzt keine Garantie für sehr guten Nachwuchs und umgekehrt hat man genauso wenig einen Nachteil. Man muss einfach immer wieder auf jeden Einzelnen schauen. Bei U15 ist man leider zwölfter von zwölf. Das ist ein bisschen hinter. Da sind wir direkt hinterm WRC und hinter dem Burgenland. Aber warte mal, ist das nicht der Jahrgang, wo wir nicht dabei sind? Die U15? Ja, gibt es nicht einen Jahrgang, wo Wackerspieler nicht dabei sind? Also nein, prinzipiell einmal bei der Akademie sollte man schon vertreten sein. Bei der U15 stelle ich mir vor. Da geht es in der Form des NRZ und so eine Geschichte. Ah, das war das, ja. Bei der U16 stehen wir gröter. Da sind wir sechster von zwölf. Da haben wir einige namhafte Akademien wie Ried hinter uns gelassen oder die Atmira. Dann sind wir quasi hinter den Topf Reihen Österreich, hinter Red Bull, Rapid, WRC, Sturm, Austria sind wir sechster. Und bei der U18, wo es in Richtung Heerenfußball geht vom Alter her, sind wir Achter von zwölf. Und haben auch da zum Beispiel Ried, Vorarlberg, St. Bölten oder auch Linz hinter uns gelassen. Also auch da stehen wir prinzipiell ganz gut da. Man sieht ja schon, es ist eine Qualität da in Tirol, ein junger Spieler. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sehr gut. Yes, also ich hoffe, dass das einmal soweit die Frage beantwortet hat. Also enger Austausch, aber keine Garantie, dass Akademiespieler zu uns kommen. da heißt es, gut Werbung machen, gut überzeugen vom Verein, das ist ja gut. Wenn du dann bewusst entscheidest, zu WACA zu gehen, dann ist mir das ja viel, viel lieber, als wie der wird quasi gezwungen zu uns zu gehen. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, wir kriegen das eh mit, wenn ein junger Spieler dann seinen ersten Profi-Vertrag oder so kriegt. Das ist schon immer ganz spannend. Das ist immer eine lässige Sache, wenn du dabei sein darfst. Ja, Torej von Felix Mandl, da war das ja genau so. Da war das ja ein super schöner Moment, glaube ich. Und unser Sportvorstand, den freut sich glaube ich immer am meisten. Also der Ali grinst immer am allermeisten, wenn er einen jungen, potenziell starken Spieler quasi ins Team holen kann. Das ist immer extrem cool gewesen. Also Bilskampo 15 drinnen, da haben wir zum Beispiel mit dem Florian Michela habe ich einen ersten Wackerspieler gefunden, aktueller Verein bei uns. Also, da haben wir schon Wackerspieler mit dabei. Ein Imster-Spieler SVI, also man sieht schon, die Akademie scoutet da natürlich schon im Vorfeld beim LRZ und so weiter und dann nochmal davor scoutet man ganz gut, wo sind denn die größten Talente und die sammelt man in der Akademie zusammen und versucht sich auf bestmöglichem hohem Niveau auszubilden und da ist es noch recht bunt. Also wirklich, da haben wir schon gesehen, Imscht, Heiming, Kirchberg, Wackerspieler, Innsbruck, also ganz bunt, aber es hat keine Garantie, dass er danach wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt, sondern wenn er wirklich ausgezeichnet ist, kann es einmal passieren, dass er zum Beispiel nach Salzburg geht. Genau, leider, aber das passiert, ja. Aber wir treuern es dafür, dass wir die Besten bei uns haben und es ist uns ja in letzter Zeit ganz gut gelungen. Sehr gut gelungen, würde ich sagen, also vor allem seit letztem Jahr. Da ist natürlich die zweite Mannschaft wichtig gewesen, wo man gesehen hat, als Jüngerspieler, man kann relativ schnell dann auf einem sehr hohen Niveau Fußball spielen und sich anbieten für die Profis und deswegen ist es so wichtig gewesen damals mit der zweiten Mannschaft, dass man eben sehr gewichtige, gute Argumente hat für die jungen Spieler. Genau, absolut. Es war ein super Modell und das ist ja auch was, was sicherlich wieder angestrebt wird, wenn wieder mal Fußball gespielt werden. Darf, soll und kann, genau. Paul Stenikon, FC Natas, schon einmal kreier durch, durch ganz Tirol. Sehr gut, lieber Jochen Müller, ich hoffe, deine Frage ist soweit beantwortet. Jetzt mehr ins Detail gehen, ja, können wir gerade nicht, weil da sehr viel gerade ruht und weil viele Gespräche gerade mit den Spielern stattfinden, dementsprechend oder halt, wenn viele, haben gerade Planen, dementsprechend können oder nichts vorgreifen, weil ich es einfach nicht weiß, weil das kann man vorstellen. Wir beobachten schon wieder einige junge Talente. Gut, dann hat der Stomping Play, eine Frage gestellt zum Thema kauft der finanzstarken Förderer das Diwali. Ich glaube, das musst du eh du gleich direkt beantworten, weil du bist ja mit dem unserem finanzstarken Förderer. Naja, das weiß ich nicht, aber zumindest in Kontakt. Ich weiß nicht, wenn du selber mit dir redest, dann sage ich. Nein, das ist relativ schnell beantwortet. Wir haben ja bereits bei der Pressekonferenz gesagt, dass uns der Hauptziele ist, dass man das Stadionerlebnis oder das Erlebnis generell Wacken Innsbruck bestmöglich gestalten wollen. Wir haben einen guten Draht zum Stadionbetreiber, das ist die Olympia World. Da können wir mittlerweile verstärkt Ideen einbringen, dass man jetzt irgendein Stadion kauft. Das wäre so etwas krasses von Zukunftsmusik. Also mir ist das noch nicht untergekommen, hätte es noch auf keinen Zettel irgendwo gelesen. Da muss man schauen, wie das sich entwickelt, wie viel man einbringen kann, wie man das am besten gestalten kann. Da geht es eben auch darum, nicht irgendwas zu übernehmen, weil übernehmen macht nur dann Sinn, wenn man es dann leisten kann. In der Olympia World haben wir einen Haufen Mitarbeiter, die bestücken das seit Jahren. Das heißt, von Heil auf Morgen so etwas zu übernehmen, das klingt ja ab und zu mal so am Papier total attraktiv, aber faktisch muss ich mir anschauen, ist es die richtige Zeit, passt es so etwas, macht es so einen Sinn oder ist das jetzige Modell eh viel besser? Also ich glaube, da ist man eben noch nicht einmal wirklich in dieser Analysephase, aber man hat das Besten nach gestalten das Stadion und da bin ich guter Dinge, dass man die Ideen einbringen kann. Genau, das ist ja das Wichtigste, das ist ja was, was wir seit ein paar Jahren eigentlich schon groß auf die Fahne geschrieben haben, dass wir eben das ganze Erlebnis ausbauen wollen und so weiter und so fort und ich glaube, da ist jetzt natürlich schon ein gewisses Potenzial einmal da, dass wir uns da mehr verwirklichen können, oder? Ja, genau, also das ist noch ein Unterschied zu vorher, also jetzt haben wir diesen Förderer und Partner, das erlaubt uns eine gewisse finanzielle, budgetäre Entspannung, wir haben jetzt definitiv viel reich und können mit Geld um uns schmeißen, aber wir haben jetzt ein bisschen einen Freiraum den wir vorher nicht gehabt haben, das heißt, heute kann ich mir gut überlegen, wie die einen schwarz-grünen Banner kaufen wir den und hängen auf, weil ich da den schwarz-grünen ist und hängen nach dem Spiel wieder ab, das wäre früher schwer gewesen, jetzt geht sowas, also ich sehe ganz deutlich da Entwicklungsmöglichkeiten, dass man das Stadion kaufen, halte ich derzeit für absolut realistisch, abgesehen davon, was ich nehme, ob es zum Verkauf steht, also, das sind, da gibt es glaube ich mehrere, ja, Sachen, die noch gekleidet werden müssen, wie es ist, das ist ein Riesenthema, ich glaube, das würde Wochen dauern, das zu analysieren, deswegen kann man das in so einer YouTube-Sendung ganz schwer, ganz schwer beantworten, im Detail. Richtig, ja, so viel, das waren die zwei Fragen, die man kriegt, haben, glaube ich, oder? Ja. Das ist, ich glaube, ganz gut beantwortet worden in den letzten Minuten. Wir haben noch ein paar Sachen gehabt am Wochenende, unter anderem im Bergamo Cup, den wir ja letzte Woche schon angekündigt haben, unser E-Benefit-Turnier, von unserer E-Sports-Abteilung ins Leben gerufen, ein großes, ja, langes Turnier, mit, ein FIFA-Turnier, wo man, wo sich sehr viele Vereine gefunden haben, um da die Aktion von der Tivoli Note noch weiter zu unterstützen und das hat, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Absolut, also ich habe mit dem Emanuel Akka-Freaky-Noise, der bei uns die E-Sport-Abteilung maßgeblich aufgebaut hat und verantwortet, dieses Testjahr jetzt, das wir fahren, ich bin ja ständig im Austausch und, ich meine, die waren am Tag, also am Vortag, waren sie schon sehr nervös und eingespannt am gleichen Tag, gleich am 27 in der Früh angefangen und obwohl das Turnier schon war nicht 20 Uhr war, geht da noch bis weit nach Mitternacht. Ja, ich muss dazu sagen, es sind ja Nachrichten, ich bin ja auch, quasi auf Facebook bin, darf ich ja auch die Seite zumindest moderieren und ich habe gesehen, wie die ganze Zeit nur private Nachrichten einherkommen, ob man da noch mitspielen kann, wo man spenden kann und so weiter, also es ist wirklich extrem viel losgegangen in den zwei, drei Tag vor und danach und eben, bis das Turnier dann losgegangen ist und wie du gesagt hast, dann ist es gespielt worden und es hat lange gedauert, ich glaube bis nach Mitternacht dann ist der Sieger kurz nach uns war es, genau, es sind dann festgestanden, es ist ja alles live streamt worden mit Kommentar und zwar, es hat ein Caster gegeben, der das, ich glaube die ganze, von der Auslosung bis eben zur quasi Siegereihrung komplett gestreamt hat und eben auch kommentiert hat und da waren extrem viele Mannschaften dabei und gleichzeitig ist aber auch eine schöne Summe dabei ausgekommen, ich glaube sie haben es gestern oder heute veröffentlicht. Gestern um 18 Uhr ging es raus, sie haben 955,71 Euro gesammelt an Spenden, aufgerundet wurde das Ganze dann noch von Bernhard Flatscher und von Benjamin Stolte, also von zwei Funktionären zur Damenabteilung, die sind nämlich ganz, ganz nah dran gewesen bei dem Turnier aus persönlichen, privaten Gründen, sie stiften das restliche Geld noch im Namen der Damenabteilung, damit man auf rund 1.000er kommt, weil es einfach schön ist, ich glaube 1.000 Euro zusammen beim E-Sports-Turnier für eine gute Sache, das ist schon richtig, richtig cool, das ist eine Mega-Leistung und natürlich auch Gratulation an den Grazer ESC, das ist der Gewinner des Ganzen, zweiter ESC feier geworden und dritter, eine manche damals Nightmare, klingt jetzt beängstigend, aber offensichtlich war es ja kein Nightmare, sondern ein absoluter, ja, ehrbarer dritter Platz, da kann man schon zufrieden sein und ja, war ein voller Erfolg, also sind wir kurzfristig aufgestocken müssen auf zwei oder 30 Teams und da waren auch ein paar nahmhafte Gegner mit dabei, wir haben es leider nicht gewonnen, sondern Graz, aber ab und zu für die gute Sache kann man ja andere Vorträge sein. Ich glaube, da kann man ganz freundlich sein, in dem Fall, das hat schon gepasst. Ja, so mit Alemannia Aachen, Stuttgarter Kickers, FC St. Pauli, da waren schon echt ein paar der beide, die wirklich kranker Namen haben im E-Sports. Richtig, richtig, ja. Dann haben wir noch ein großes Thema, das ist der Ersatzspieltag, da haben wir ja Fans motiviert, eigentlich nur mit einem Facebook-Titel sich zu überlegen, was können sie Ersatzspieltagen tun? Und Martin, dir ist eine Geschichte erzählt worden, die absolut erwähnenswert ist, oder? Ja, richtig, ich habe auf Facebook ein paar Privatnachrichten gekriegt von Menschen, die wirklich am Ersatzspieltag sich virtuell getroffen haben, es gleich gemacht haben wie wir jetzt haben, also über diverse, verschiedene technische Möglichkeiten miteinander telefoniert haben und sich in die Wackermontur geschmissen haben und quasi zelebriert haben, dass wir jetzt gegen Blauweißlinz gespielt hätten. Das Gleiche passiert jetzt dann aber wieder beim Spiel gegen GAK, also da wird sich getroffen, ich glaube, da wird ein bisschen Bier getrunken, das in der besten, wackeren Montur und über den Verein diskutiert, geredet und einfach das wackere Dasein weitergelebt. Kannst du erzählen, wer die Leute sind oder ist das geheim? Nein, der Gregor Buchheim hat mir das geschickt und der hat ja eine gewisse, der hängt glaube ich in so einer Gruppe immer mit relativ engen Freunden zusammen und da habe ich Rudl gesehen, da habe ich Michael Danler gesehen, also da waren schon ein paar Leute dabei, die man von dem einen oder anderen Vereinsamt natürlich kennt, aber natürlich auch von Auswärtsfahrten oder von anderen Dingen. Cool, dass der Rudl auch mit dabei ist, war mir fast klar. Wenn etwas passiert momentan, dann ist der Rudl vorne mit dabei. Also Corona ist er glaube ich die Person, die am häufigsten sehe ich in meinem Facebook-Stream. Ja, das passt, das passt. Da taugt mir. Nein, es ist schön natürlich, wenn Wacka-Fans auch in der spielfreien Zeit oder gezwungenen spielfreien Zeit Wacka zelebrieren und Fußball zelebrieren, weil ich glaube, dass das der Keil ist von dem Fußballgeschäft Ende des Tages, dass man mit Freunden, Leuten, die man gerne mag, gemeinsam Zeit verbringt. Und das geht ja offensichtlich auch ohne den Rollenball. Schön. Schau gar mal so danach aus zumindest. Ja, richtig. Das waren die Themen, die du auch geschrieben hast. Ich glaube, für die Woche, für das, dass man eh keine machen wollen oder nicht sicher waren, ob man eine machen soll, haben wir jetzt eh schon wieder gut und lang geredet. Ich glaube, nächste Woche hoffentlich, wenn alles noch geplant läuft, haben wir ein bisschen mehr Themen zu bereden und vielleicht ein bisschen aktuellere oder spannendere, wie auch immer. Ich fand die heute auch spannend. Eben, ich wollte jetzt nicht damit ausdrücken, dass es vielleicht heute nicht spannend war, aber vielleicht noch ein bisschen was Aktuelleres könnte auf jeden Fall daherkommen. Ich muss einmal ein bisschen in Konjunktiv sprechen, weil wir selber noch nicht sicher sein, wie unser Zeitplan eingehalten wird. Aber wahrscheinlich ganz gut. Was die Liga macht, dann gibt es nächste Woche Entscheidungen zum Beispiel, das kann auch noch nächste Woche schon total aktuell sein und da werden wir uns dann ein bisschen umhören in die Community, wie das ja die Meinung ist. Richtig, ganz genau. Auf jeden Fall. Können coole Sachen daherkommen, glaube ich. Und nächste Woche sehen wir dann mehr, weil irgendwann feiern wir dann die Hunderter, wenn wir wieder nebeneinander sitzen, denke ich. Genau, wenn wir wieder Lust zum Feiern haben. Mal schauen, wie viel 99 plus wir bis dahin hinkriegen. Gut, haben wir spannende Themen hinter uns vom Stadionkauf bis hin zur Akademie Tirol bis zum Bergamo E-Benefiz-Turnier. Bis zum Bergamo Cup Club war sehr spannend, dafür dass wir keine Themen geglaubt haben zu haben. In diesem Sinne, verbringt es eine schöne Woche, bitte zelebriert seinen Ersatzspieltag, tut es euch zusammen, macht es euch ein Bier auf oder eine Cola auf und verbringt die Zeit gemeinsam. Es ist ganz, ganz wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Bleibt uns treu und gute Nacht.